Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich mit offenen Augen schlafe? Denn mir entgeht nichts! Einfach gar nichts! Cora, was machst du hier? Seit wann bist du hier in meinem Zimmer? Hast du gut geschlafen? Was gibt's denn? Cora, was willst du? Wieso bist du so aufgedreht? Was ist mit meiner Fählos, Freunde? Irgendwas stimmt da nicht. Freunde, aber erstmal Ahoy und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft! Und damit willkommen hier zurück zu Minecraft Dracula! Yeah! Wir sind zurück in der Vampirwelt und Cora hat uns offenbar etwas mitzuteilen. Was möchtest du? Hast du neue Bilder aufgehängt oder was? Vielleicht haben wir neue Fanarts bekommen. Das wäre ziemlich nice. Weißt du mal, wieso kommst du nicht mit rein? Was ist das denn? Ich brauche dich zu. Was ist das? Hallo? Hä? Das sieht ja voll komisch aus. Irgendwie tot, oder? Was macht diese komische... Das ist eine Kuh! Das ist eine Kuh! Nein! Nein! Das ist eine aggressive Kuh! Ah! Sie hat mich ins Wasser geschubst! Ah! Wo ist die Kuh? Oh! Nein, da ist sie! Ah! Violett, Violett! Hier ist eine böse Kuh! Hä? Was? Oh! Nein! Was? Oh! Du hast Millie schon kennengelernt! Wie schön! Millie? Das ist deine Kuh! Millie ist mein neues Haustier! Ist sie nicht niedlich? Ja, zuckersüß, wie sie sich da im Kreis dreht, um mich anzugreifen! Violett, wir verschieben das Gespräch am besten hier nach draußen! Sie ist anfangs etwas ängstlich, aber bestimmt versteht ihr euch bald gut! Äh, Millie und ich? Ja, wir werden beste Freunde werden! Es ist doch kein Problem, wenn sie sich ein Zimmer mit Cora teilt, oder? Ähm, Cora? Ist das ein Problem für dich? Nee, ist kein Problem für dich? Okay, dann kann Millie bei... Da bist du! Nein, Spaß! Auf keinen Fall! Diese komische Kuh, da soll ich mit meiner Cora in einem Zimmer wohnen! Es tut mir leid, Violett, da muss ich leider ablehnen! Aber wenn du möchtest, kann ich deiner wunderschönen Kuh ein Zimmer bauen! Sie hat mich wieder angeguckt! Äh, nun ja, du kannst gerne ein Zimmer für Millie einrichten! Da würde sie sich sicher freuen! Warte mal, deine Kuh ist ein Mädchen! Oh, okay, alles klar! Was passiert, wenn man die Kuh melkt? Was kommt dabei raus? Ich frage mich nur! Danke, Isi, ich schulde dir was! Hier, nimm einen zuckerfreien Pfannkuchen! Mh, danke, Violett! Davon habe ich noch nicht genug! Wir sehen uns nachher in der Schule! Oh, okay! Oh, da... Noch einer! Und wir zwei hübschen, was machen wir jetzt? Äh, okay! Ähm, kleines Problem! Ich wollte eigentlich Fannards zeigen heute, aber der Raum wird offenbar bewacht von einer boshaften und aggressiven Kuh! Und ich glaube, das können wir heute vergessen! Trotzdem danke für die Einsendung! Ähm, wir schauen uns die Fannards einfach in der nächsten Folge an! Also, schaut auf jeden Fall vorbei! Äh, Cora, ich werde dein Zimmer bald befreien von dieser komischen Kuh, okay? Solange kannst du bei mir im Zimmer sein, wenn du möchtest! Oder du kannst dir mal das Zimmer hier oben angucken, weil momentan steht es wieder leer! Weil eigentlich hat hier nämlich unsere gute alte Emma gewohnt, aber sie ist umgezogen! Also wird wahrscheinlich der Geist hier wieder einziehen! Komm, mach, was du möchtest! Ich gehe in mein Zimmer! Ich werde nämlich diese zuckerfreien Pfannkuchen verbrennen müssen! Und dazu brauche ich mein Feuerzeug! Ich habe kein Feuerzeug! Dann muss ich sie wohl essen! Ich will sie nicht essen! Ich will was ordentliches! Ich hole mir einfach meine Kekse! Ich habe hier Kekse reingemacht! Wo sind meine Kekse hin? Ich habe letzte Folge hier Kekse reingemacht! Hä? Wieso sind die weg? Hi, Cora! Hast du meine Kekse geklaut? Nee! Das sind andere! Dankeschön! Sie gibt mir richtige Kekse! Erdnisbutterkekse! Oh, lecker! Danke, Cora! Du bist die Beste! Aber was mache ich jetzt mit diesen komischen zuckerfreien Pfannkuchen? Ich muss sie irgendwo verstecken! Ich mache sie einfach in meinen Kleiderschrank! Da gammeln sie denn vor sich hin! Lecker! Die anderen Kekse können wir hier oben auf unsere Kiste verteilen! Warte mal! Easy, komm! Der Unterricht wartet! Cora, ich muss jetzt zur Schule gehen! Ich habe Vampirunterricht und dort lernen wir Vampirfähigkeiten! Tschüss! Yes, das funktioniert! Ich habe Cora wegteleportiert! Mit meiner Vampirfähigkeit! War sie da gerade schon wieder? Da ist sie! Tschüss! Nein, ich habe sie nicht getroffen! Okay, wir sehen uns später, Cora! Warte mal! Bevor wir gehen... Oh, oh! Emma hat hier doch was Wichtiges vergessen! Ist es noch da? Das Amulett! Amulett des Unsterblichen! Okay, das mache ich da rein! Denn dieses Amulett, das ist Emmas heiligster Besitz, den sie gestohlen hat von ihrem Vater! Wie kommen wir jetzt eigentlich zur Schule? Das ist der Schulweg da unten! Und da ist die Kuh! Es ist unser allererster Schultag auf der Vampirschule und ich bin sehr gespannt, was wir heute lernen werden! Das ist die einzige Vampirfähigkeit, die ich bisher kann! Die nennt sich Bannen und die kann Feinde quasi wegteleportieren! Sehr, sehr nice! Super, super praktisch! Und ja, wir haben auf jeden Fall auch noch ein paar andere Fähigkeiten hier von Cora und sowas! Ich frage mich auch, wann wir die nächste Feenfähigkeit lernen! Das wäre mega cool! Okay, dann gehen wir mal in die Schule! Aufpassen, dass uns niemand sieht hier! Und rein! Ja! Oh, sind alle schon da? Sogar Aiden ist schon da! Nein, ich bin zu spät! Oh nein! Aber warte, Emma ist noch nicht da, oder? Gleich geht's los! Ich bin so aufgeregt! Okay, Violet ist wieder aufgeregt, wie immer! Otto ist mit dabei! Okay, der hat einen Knoblauch mitgebracht in die Vampirschule! Warte mal, wo ist denn Emma? Ist sie da? Emma? Hey! Alles okay? Du hast ja sogar deine grünen Kontaktlinsen an! Oh mein Gott! Hi! Oh! Sind die anderen schon da? Oh, ich weiß nicht, ob ich das gut machen werde, Izzy! Ja, bestimmt machst du das gut! Mach dir keine Sorgen! Du bist bestimmt eine ganz tolle Lehrerin! Ja! Okay, ähm, pass auf, Emma! Ich würde sagen, wir gehen jetzt zusammen runter, okay? Aber vorher gebe ich dir noch das hier! Denn das habe ich aus der Wohnung! Das ist das Amulett, das dein Vater wollte! Der war übrigens letztes Mal bei mir! Ah, das Amulett! Danke, dass du es mir gebracht hast! Ja, zum Glück hat er das nicht gefunden! Am besten, du versteckst das! Ich werde es sicher in meinem Sarg verstauen! Oh, okay! Sie hat es in ihren Sarg gelegt! Dann, äh, geht's los oder was? Ja, dann wollen wir mal, oder? Warten bringt ja auch nichts! Danke für eure Aufmerksamkeit! Ich hoffe, ihr habt heute viel gelernt! Yes, mega viel! Also wirklich! Wir haben eine neue Vampirfähigkeit, Freunde! Okay! Ja, wow! Das war wirklich aufschlussreich, Emma! Das war wirklich guter Unterricht! Du bist eine gute Lehrerin, Emma! Habe ich doch gewusst! Okay, alles klar! Dann würde ich sagen, wir gehen mal... Ciao! Yes! Okay, der Unterricht ist vorbei und ich möchte euch meine neue Fähigkeit demonstrieren! Und dazu brauche ich einen freiwilligen... Ich höre hier doch gerade ein Schwein! Perfekt! Besser geht es nicht! Hier ist ein Schwein! Möchtest du mein freiwilliges Schwein sein? Bist du bereit? Denn jetzt wirkt die Metamorphose! Nice! Jetzt ist es ein Zombie-Pigman! Aber was war das? Das ist doch gerade irgendwas? Hab ich das auch gesehen? Nein! Nein! Eine Fledermaus! Nicht, dass das Emmas Vater ist! Das war es mit unserer Folge hier von Minecraft Dracula! Lasst ein Like da! Abonniert unbedingt den Kanal! Wir haben fast die Millionen! Wir sind so nah dran! Und schaut im EasyMouse.job vorbei! Wir sehen uns dann im nächsten Video! Bis dahin euch allen noch einen wunderschönen Tag! Und hasta la pasta! Bis dahin euch allen noch einen wunderschönen Tag! Bis dahin euch allen noch einen wunderschönen Tag! Bis dahin euch allen noch einen wunderschönen Tag! Vielen Dank.